Setzt sich einfach dazu, ey. Der frisst ja was ohne Kekse. Es ist aber schon cute gemacht, ey. Spiel gefunden, Junge. Wenn du die Karte, die du spielen willst. Ne. Ach, die Lucha-Fabrik. Das ist klug. Ah, okay. Entschuldigung. Ich hab halt keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ich... Einfach den Weetsprung machen und schlagen. Bei dem, ich... Einfach alles kaputt schlagen. Musst du, glaub ich, das Ding eher den Eishockeypack schlagen, ne? Wie mein Zebra. Mit schönem Walker und Cookie. Eeeeh, eben dort Garf. Alles andere Spieler bei uns drin. Ich hab nicht gedacht. Der links ist da ein grünes Schwein. Eeeeh, die cheaten ja schon. Wieso geht das schon davor weg? Nein, scheiße. Oh oh. Ich bin, glaub ich, ein Anti-Mate. Nein. Ups. Ich hab eigentlich doch gemacht, scheiße. Ich bin der richtige Anti-Mate, ey. Ich hab Eigentor gemacht. Ja, scheiße. Kannst du ja weglegen. Ich will das nicht sehen, wie ich Eigentor mach. Ich seh... Ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. So, ich hab nichts gesehen. Ich schau nicht hin. So. Oh, jetzt hab ich gesaved. Oh, ich hab nicht gesaved. Ich hab wieder gesaved, ey. Schau wie gut ich bin, ey. Siehst du? Komm mal, Walker, ey. Ich muss öfter den Heatsprung machen, ne? Alter. Hier. Irgendwer kickt da schon wieder voll viel... Stuff weg, ey. Alle mit dem Heatsprung, ey. Alter. Oh, das war doch schon... Das ist doch schon drin, ey. Come on. Richtig geblockt. Cockblock. Oh. Oh. Imagine Walker. Walker, die Maschine. Da. Walker, die eiskalte Maschine. Der kann halt walken, ne? Ach, boah, die... Alter. Das schweigen wird reingeditet. Hat der YouTuber im Namen stehen da am Ende? Der blaue? Wahrscheinlich. Kann man direkt roosten das Vieh, wie schlecht das ist. Ne, das ist Cherry Bullet. Das ist kein... Y-Z. Boah, cool. Alter, nein. Dieser... Dieser... Dieser Rolle... Diese Rolle am Boden ist schon real, ey. Die bringt schon ordentlich. Welche Rolle am Boden? Ich weiss nicht. Ich habe irgendeine Rolle am Boden. Aber... Die macht doch dann keinen Schaden. Zusätzlich. Da kannst du ja voll schnell sein irgendwo. Ah, Andi. Das war... Andi, du hast... Du hast so gekockblockt, ey. Ja, ich... Da gibst du mir die Schuld, ey. Ich habe doch den eingenockt. So, dann weiss ich nicht wer das war. Ne, das war davor noch. Dort hast du davor schon da hingeschossen. Nein. Das schon mit deinem Yeatspuk hast du alles kaputt gemacht, ey. Und die kriegen nur Eigentore, die Viecher, weil sie so schlecht sind, ey. Nein. Nein, schieß doch, ey, du Trottel. Oh, das war gut, ey. Das war richtig gut. Nein, komm. Ey, nein. Ah! Nein, nein, nein. Ich habe nochmal gefickt, aber. Ausweichrolle. Boah. Wenn du eine Ausweichrolle machst, dann kannst du eine Zeit lang auch nicht schlagen. Okay. Warte, warte, warte. Das geht, das geht. Oh. Oh, das geht's. Oh, schmecks. Schmecks, schmecks, das Viech, ey. Wisch, ich habe die meisten Action, glaube ich, dir. Der Pass. Der Pass des Todes, ey. God Steven kann gar nichts. Fick ihn. Wisch, da sind Japaner auch. Trin Schisch. Nein, ich bin genockt. Die Ausweichrolle, what the fuck. Ausweichrolle des Todes. Nein, nein. Oh, come on. Was? Ihr habt auch drauf geschossen. Rennen. Ich bin dead. Kann ich rennen. Nein, ich habe mit meinem Affen geredet. Oh, come on. Aber die Faust, ey. Die Faust ist so gut. Die Faust schießt so geil. Ich bin aber immer noch fürs Reinen. Ja, das Reinhitten ist halt super irgendwie. Das schaut besser aus. Da, da. Oh, come on. 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 Du kannst halt eine Zeit lang nicht schlagen, ne? Das ist ein bisschen verzögert so. Ein paar Frames. Aber du bist halt voll schnell irgendwo. Ja, die Ausweichrolle. Ja, die ist schon gut, ey. Nein. Oh, geht. Oh. Hey, Cherry Bullet hat mich gefickt, ey. Nein, nein. Unser ganzes Team ist wirklich. Ah, nein, 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 nein. Ich schaff das, ey. Oh. Oh, Andi, der Ficker. Bobby. Bobby. Ah, na, na. Bobby. Hehehe. The gold. Go Pro. The gold. With the gold. Du bist ganz langsam. Dann kommt so ein Viech, ey. The gold. Google. Wie die Hand halten, dann nehmen die Kante. Ja. We're going to seven. Nein. Ah, shit, ey. Lauf, 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 Zebra, lauf! Nein, nein, ich hab dich genommen. Aber nur mich richtig, das Scheißding daneben. Oh je. Oh oh. Nein, nein, wir blocken das. Wir blocken das weg. Rasta. Weg, du hast meine Risse gebrochen. Oh, ah! Ah! Ich hab mich abgehalten. Oh, das ist so gut. Ah! Ja, ich hab die Zieger. Ey, der Scheiß-Sleepy-Sleepy-Alligator. Ups. PJ, PG-Clock. Erstmal raus, erstmal raus. Oh, verdammt, ey, der Rostschütter daneben. Nein, 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 das war ich. Komm, komm, block. Okay, Cock-Block, ey. Easy, block. Komm, komm, rennt doch, rennt doch irgendjemand. Ich hab ihn getroffen. Die Goat. Ich hab doch mal das Ding hier, das Schwein in den Rücken geschossen, ey. So ist das. Die Goat. Da, die Goat. Da, die Goat, da, die Goat. Er macht's alleine, die Goat. Jicht. Batsch. Kienhaken, ey. Dieses Spiel ist halt noch funny. Die Goat. Alter, ach! Nein, die Katze. Ich bin zu gut, ey. Die Goat. Plusch mal kurz meinen Schwanz, weil ich so geil bin. Da, die Goat ist da. Oh, die Auswegrolle des Todes. Zack! Und da, wie setzt's zum Andocker. Alle tot, ey. Ich hab' den Freund. Räumt auf einem Podest. Oh, shit, ey. Ich hab' alles genug. Boah, wieviel kriegt man da, ey. Stufe 6. 3.000 Kekse, Schwein-Aberzahler, Perfekt. Was ich kaufen? Wir können mal spielen, oder? Ja. Wischst du? Okay. Ja. Ich kann mal kurz gucken, ob ich mir... Kann ich in den Spinn kippen, oder geht das nicht? Ich hab' das auch schon gehen, oder? Ja. Stufen auf die Küche, aber... So, ne, aktuelles Team verlassen. Moment. Eiermünze? Eiermünze ist cool. Ja, mach' mal, dass das geht. Das dauert ja nicht lang, bis wir wieder connected. Kaufe denen mal was hübsches. Hab' ich jetzt... Nein, ich brauch' noch 1.500 Eiermünze. Alter, wie viele Kekse wir jetzt gekriegt, ey. Ja, du, wir haben 3.000 Kekse gekriegt. Ein Spiel, Junge, what the fuck. Nein, das war wegen der Belohnung. Ach so, das auch. Okay, ich wollt' kurz sagen. Ja, komm, eine Eiermünze, komm. Was gönn' ich mir? Ne blaues Ei, blaues Ei. Blaue Seltenheit. Wo? Ich hab' Boxer-Carry gekriegt. So'n Asche. Okay, ich hab' meinen neuen Charakter. Hast du nen Hund gekriegt, oder was? Nein. Äh, diese... Boxer? Diese Ente? Diese Ente? Diese Ente aber als Boxer-Kostüm. Lloyd, okay, ne, die andere. Harry. Ne, warte, da siehst du... Ah, da, Harry. Ja, ich seh' ihn. Ja, Harry. Und dein Boxer-Kostüm, wenn du da mal rumswitcht. Oh, da gibt's ja gar keines. Doch, du musst mal... Ah, da... Oh mein Gott, da gibt's noch andere Skins. Shish. Apfel-Harry, Frog-Walk, Detektiv. Das ist zum Beispiel. Boxer-Kostüm. Das ist ein Hotdog, ey. Ja, den hab ich gekriegt. Da kriegst du sowas geiles. Ich krieg' nen scheiß pinken Tiger, ey, du Arsch. Freund, einen da anser, ey. Ich find' die andere hätte trotzdem irgendwie cuter. Ja, die sind cooler. Bisschen ein bisschen sass, ne? Ey, ey, die hat ne Brille. Reicher Lloyd, ey. Das ist dein Skin, Andi. Die Kamera ist aber auch süß mit der Jacke. Ey, Anzug-Barbie kann ich mir auch bald leisten. Die ist dick, der ist auch cool. Was sind das für süße Outfits, ey? Wen, wen, wenn du willst... Ich find' dunkel macht Harry's aber auch lustig. Ich schau's mal grad durch, was da alles gibt, ey. Ja, wenn du mal Garfett anguckst und dann die Boss Garfett... Cowboy Nemo... Koko... Schlafanzug... Anakoko... Voodoo Koko... Na, Klerix kann auch nen Schlafanzug anhaben. Und ne Ritterrüstung. Und ne... und... Ich weiß gar nicht, nen Wikinger oder so, keine Ahnung. Wo ist Garfett nochmal... Da. Das kannst du halt hinten. Ich find' aber... Dunkel macht Levi-Pass ist auch cool. Irgendwie schon die Fluffy-Animals schon irgendwie komisch aus. Dass sich der Schatten so oft spiegelt irgendwie. Weiß ich nicht. Wenn du mal die Dunkelkatze anguckst, also hinter dem Hai, hinter dem Hammerhai... Die Dunkel... Die Dunkel macht... Die Dunkel... Die Dunkel macht... Ne, ne. Auch nicht ehrlich. Es ist halt schade... Manche von den Dinger sind ja wirklich nur auf Twitch-Drops beschränkt halt, ne. Echt? Ja, manche von den Kostümen nicht alle. Kein Outfit freischaltbar, warte. Ah, ne. Das kannst du... Im Objektladen freischaltbar. Den Zufallseiern freischaltbar. Dieses ganzen Outfits kannst du nur durch Zufallseier freischalten. Ah, das ist halt doch da. Da haken wir da dran, ne. Ja, die müssen auch sich irgendwie... Die wollen sich auch noch ein bisschen finanzieren, aber ich meine... Mein Hund frisst schon wieder Kekse. Okay. Ja, dann... Komm mal in den Lobby rein, ey. Ach, das ist... Ist denn das ernsthaft nur wöchentliche Herausforderungen? Sobald du eine abgeschlossen hast, die bleibt ja da. Ah, okay. Ah, das ist blöd, ja. Ich dachte, die... Ich denke, dass du so 5 oder so hast. Keine Ahnung. Deswegen mal 3000 Kekse gekriegt, ey. Aber egal, nächstes Level sind Kekse, dann kann ich mir Barbie Manzu kaufen. Windtunnel. Das klingt doch witzig. Wie machen wir das? Fühlt's doch geil, wie's immer genommen wird, ey. Ah. Geh hinter den Windtunnel in Deckung und bleib am Leben. Oh, das ist scheiße. Oh, ne. Wenn man rauscht den Cliff, kann man sich wieder hochziehen. Go. Äh. Ey, jetzt haben wir da Sonnenbrille, ey. Nein, ich hab... Nein. Nein, Spiel. Bleibt das eigentlich oben, oder? Keine Ahnung, man muss das gedrückt halten. Oh, ne. Shit, ey. Spiel, hallo. Hallo, Spiel. Was will ich... Ich bin rot. Okay, das sind beide zusammen, okay. Das ist ein Duo. Oh, oh. Nein. Aber wo kommt der Wind her, ist die Frage. Wo kommt der Wind her, ist die Frage. Weiß ich nicht. Es ist eigentlich egal, wo du stehst. Fahrer da hinten. Ich steh hier unten. Guck mal, wo ich stehe. Guck mal, wo ich stehe. Guck mal, wo ich stehe. Wie lange bleibt denn das da, ey? Weißt du, ich bin der Einzige, der oben geblieben ist. Ja. Da wird mir den ersten Rücken sich passiert. Oh mein Gott, ey. Das ist wie Opfer, ey. Kannst du aber schon spielen, oder? Ihr Wichskrüppel. Ne, sieh auch das erste Mal jetzt, ey. Gar nicht. Ich glaub, du wirst halt mit deinen Level-Partnern. Warte. Äh, von wo. Ist egal. Du musst einfach auf der anderen Seite stehen bleiben. Das Ding ist, die Seite ist besser, wo der Wind, äh, wo er herkommt, stehen zu bleiben. Das ist besser. Also auf der Wester... Ach so, Entschuldigung. Warte. Ist doch deppert, ne? Warte. Irgendwie kann ich nicht outknocken. Das scheiß Kroko, ey. Warte, warte. Lass liegen. Nein. So ein Arsch, ey. Ihm hätt schon echt den Hebel abgebrochen. Ah, shit ey. Arschloch. Doch, kannst du dich saveen? Ne, der hätte eigentlich... Lol. Ich weiß nicht warum, frag mich nicht. Der hätte eigentlich rausfliegen müssen, ich hab mich schon gefragt, warum nicht. Das Spiel ist schon wieder unfair, aber ich find's geil zu uns, ne? Ja. Kann man den eigentlich noch immer nehmen? Warte mal. Kannst die auch halten. Dann runterschmeißen. Oh mein Gott, ich bin so geil, ey. Okay. Und da werden die dann, da werden die dann angesaugt. Ich glaub, da steckt in die Helle nicht. Ja, das ist halt richtig Gang, wie ist die, wo? Kommen der Wind her. Ah, da wo ich stehe, okay. Perfekt. Ich bin mal da auf meiner... meiner Veranda. Ich penne mal ne Runde. Weil da alles, ich bekrieg's schon wieder mit anderen Lloydies. Lol, du kannst doch, du kannst doch nicht schon lebende Leute aufnehmen. Fuck. Ja. Das ist der Ärger Smash, ey. Die rutschen nicht so geil. Ja, das lässt sich nicht. Die knockten Leute rutschen auch nicht so schnell. Ey, der Typ knockt alle out, aber glaubst du, dass er jemanden aufhängt und runterschmeißt? Das ist so ein Depp, ey. Wird doch geil wissen, wo der Wind herkommt. Das sieht man irgendwie nicht. Oder? Nein. Nein, nein, nein. Ich wurde komplett genockt. Du kannst dich auch festhalten. Ah, der hat den scheiß Hebel abgerissen. Ja, ja. Ich hab den Hebel. Nein. Nein. Doch, du haben gewonnen. Haben wir noch gewonnen, weil der letzte da drauf war. Nein, easy win. Imagine. Vernichtung, ey. Es gibt extra Achievements. Eiskalt. Gewinne, letzter Widerstand in genau drei Runden. Imagine. Wir sind zu, ey. Ich kann ihn jetzt Baden um Antikaufen. Goldmöhrchen freigeschaltet. Tschüss, ich bin zu sexo. Oh, Andy. Ja, Goldmöhrchen. Wie schlecht sind die eigentlich, ey? Der ist ja im Rucksack alt. Hahaha. Gibt es die Bilder eigentlich irgendwo oder ist das irgendwo sichtbar die Bilder, die jemand kriegt? Oh, schade. Kann ich mir jetzt kaufen? Ah, wenn das einfach gekriegt ist oder was? Ja, ja. Da wird Goldmöhrchen gekriegt. Was war das denn? War das denn im Booster Pass drin oder was? Das sind doch fucking Lava-Jurusa. Das ist ein fucking Fledermaus. Die hab ich jetzt irgendwie gekriegt. Ne, das war nicht. Okay, das war aber nicht drin im Booster Pass, ey. Fuck. Wo ist das hergekommen gerade? Weiß ich nicht. Und Goldmöhrchen haben wir halt jetzt. Lol. Toll. Premium. Ah ne, wieso sind wir so gut? Weiß ich nicht. Soll ich mir Barbie-Manzu kaufen? Ich hab genug. Soll ich? Ja, mach mal. Es ist eins von zwei da rum. Fuck, was ist das? Ach so, das ist ne Friends. Ja. Ja. Ja gut, dann kannst du mich jetzt so? Ja gut, dann kannst du mich jetzt so? Ach, jeder Steam-Erfolg kriegst du auch im Spiel noch anderes Zeug. Lölz. Und deswegen gibt's so viele Erfolge, ne? Andi, siehst du? Im Menschen-Clerix, der geile Hund ist da. Der kann jetzt nicht zocken. Wo ist der Stream? Gibt's keinen. Ist zu spät. Gibt aber funny Zeug. Der Schnellmodus ist geiler. Wir spielen im normalen Modus jetzt so. Was ich eigentlich wollte, dass man halt im Friends-Group spielt, aber mitgegen andere Viecher, die sind total schlecht. Ah! Zweimal easy win, ey. Und ich hab, kennst du noch diese Ente? Diese Cursed Ente? Harry? Ja. Ich hab die im Boxer gekriegt. Neues Skin einfach. Ja, das ist schon. Ich hab der geiler Dogger, ich muss da bleiben. Ich hab auch Barbie im Anzug gekriegt. Oh ja, stimmt, die Musik ist ja laut, ja. Du kannst jetzt auf 40 gestört. Du kannst jetzt auf 40 gestört. Ah, ich seh's. Alter. Ah, stimmt, die geile Steuerung, wo man einfach, äh, bringt rechts zu eigenermaßen Megatritt. Warte. Garfett? Ne, ich muss halt, ich muss halt hoffen, dass ich Garfett, weil Garfett kann man immer Objektgegenstand freischalten, aber ich will schon Boss Garfett. Wenn du mal guckst, wie die aussieht, Boss Garfett ist schon... Annehmen kann ich auch im Objekt, äh, Laden freischalten. Ey, mal gucken, wo der dritte innen hockt. Hockt er sich? Na, rechts davon, oder? Aufs Sofa. Sicher, aber dann blockst du wieder sein Gesicht. Aber muss ich Klärix annehmen extra? Hab ich jetzt annehmen oder ableihen gedrückt? Okay. Ja, das annehmen. Das ist so süß, ey. Das ist so süß, ey. Ja. Wo kann ich mich ändern, mein Skin? Das kannst du beim Spiel starten, das passt schon. Das ist Standard gerade, das schaut so aus. Schau mal, ich spiel's alle mit dem Controller, hab ich gehört, schau mal. Ja. Also für drei Leute brauchst du schon länger. Ja, ja, weil das dann auch drei am Modus sucht wahrscheinlich. Weil wir dann eine Lobby brauchen, wo drei Leute Platz hat. Ne, wo es einen gibt und wir brauchen noch vier Gegner auch noch. Hast du schon wieder emoten, Andi? Nein, das ist, äh, das ist wenn du... Also wie ein Tunnel war OPS fuck irgendwie, oder? Ja, da... Irgendwie man hat alles genockt und... Du musst dich nur am scheiß Hebel festhalten. Da kommt, äh, das ist so ein Knockout-Turnier. Irgendwann kommt der Wind und du wirst runtergeweht. Du musst aufpassen, dass du nicht tot zu dem Zeitpunkt bist. Aber du kannst ja in der Mitte so einen Hebel umlegen, dann kommt so ein kleines Schutztürchen. Aber andere können dich halt wegkicken davon, ne? Ah. Last one standing up wins und wir haben es irgendwie geschafft, dreimal zu gewinnen vorher. Ja. Irgendwie war ich ihm am Ende nach oben. Hahaha. Da, hier Bockzack. Ja, das ist mir so... Goldenes Mörschchen haben wir grad gefragt. Du hast halt nicht in der Zebra gekauft. Ja, ich nehm jetzt Bord. Ja, die Bord ist kind, ey. Oh, ist jetzt vier... Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, der ist auch ein geiler Doggo. Ist doch egal. Hauptsache der ist nicht. Ey, ich hab den einen umgebracht. Lustig, tot und verderben. Hahaha. Alle sind wieder am fliegen ey. So oft, da nicht. Oh nein, mach ich! Oh nein, mach ich! Oh nein, mach ich! Oh nein, mach ich! Ich hab Fluffy umgebracht. Arschloch. Ich nehm jetzt ne Bombe. Ey, das ist noch nicht komplett oben. Bombe. Jetzt muss ich da oben sein. Musst du nicht sterben. Das gehts noch schneller, wenn wir halt vier sind. Gerd, gehts noch schneller. Nein, weißt du warum? Ich hab nämlich die anderen beiden, ich hab zwei vom Gegnerteam, hab ich einfach umgenietet und die sind dann runtergefallen. Und ich bin dann halt einfach so random gestorben. Ey, dir musst du... Ach, du bist nicht tot. Ah, Mann, Klerk, du... Mein Pacific, Alter. Hallo! Ey, der schmeißt mich gleich in den Tod, ey. Ja, das kannst du machen. Das ist für ein Arsch, ey. Bist du echt tot? Nein! Dann machen wir jetzt wirklich tot, ey, dann danach. Das ist für ein Arsch, er killt Pacific, oder wie der heißt. Ah, der ist schon weg. Idiot. Das ist ja mit dem Genshin Impact, ey. Du musst die Katze killen. Ja, du? Wir können nicht auf die andere Seite. Ey, wir werfe ich ne Bombe. Ey, da musst du, da musst du... Warte, ich hab's. Äh, jetzt muss ich drücken. Shit. X... X muss ich drücken. Ey, weg weg weg, die Bombe! Die Bombe! Nein. Ja, geht gleich, stimmt, du blöde Katze. Mann, du bist ein Cheater, ey. Nein! Nein, auch nicht! Oh, wo stirbt man denn? Wo stirbt man denn? Ja, wenn der Dirk unter der Plattform reingeht, dann bist du tot instant. Nein, auf der Plattform kannst du noch rennen. Du kannst ja auch auf der Plattform saven. Du kannst ja auch auf der Plattform saven. Wie kann ich den tragen? Wie kann ich den tragen? Wie kann ich den tragen? Äh, greifen. Ey, du musst einfach nur greifen und dann trägst du den. Halt dich am Hebel fest, Klerix, das geht. E. Knock it out. Jetzt halte ich am Hebel fest. Nein, jetzt halte ich am Hebel fest gehalten. Oh, shit, ey. Das ist ein Trottel. Mann, das war so unverdient von dem Win, ey. Scheiß Katze, ey. Unglaublich. Mann, ich weiß doch nicht, wie man greift oder so. Naja, das passt schon, aber er ist eher zu unverdient geworden, ey. Ja, das scheiß Hugenkind, weg mit dem, ey. Wieso schmeißt du dich, wenn ich ihn schmeißen will? Das ist so ein Arschloch, ey. Fick ihn, ey. Nein, nein, nein. Was für ein Arsch. Die Katze ist so ein Schwanz, ey. Der Pacific killt mich schon wieder, ey. Oh, shit. Nein, nein, Doggo. Nein. Wieso macht das nichts? Mein Gott. Er drückt schon wieder nicht, kacka. Doggo, safety. Achtung. Boah. Was? Mann, also diese geschissene Katze, ey. Die gibt mir so einen Sack. Ich bin schon wieder tot. Ich kämpfe gegen den anderen Doggo. Die Katze spielt unfair, Andy. Ja, jetzt ist sie. Nein, nein, nein. Die Katze spielt so dreckig unfair. Abbi, komm hoch. Scheiß Bitch, ey. Ich bin nur noch gegen den anderen Scheiß. Meinst du die? Oh. Nein, der ist schon tot, der andere. Mach den Doggo weg. Oh nein, die Bombe ist weg. Nein, nein, nein. Gefahr von mir. Hilf mir. Hilf mir. Hilf mir. Boah, er schützt dich aber indirekt, ne? Weil er das Ding hochzieht. Ja. Der Hebel ist abgerissen, Klerix. Der Hebel ist abgerissen. Ah. Nein. Wer war letzter? Ich war letzter. Ich war letzter. Ich war letzter. Ich war letzter. Du kannst dich nämlich festhalten. Oh mein Gott, ey. Meine Zeit ist so over irgendwie. Ich kann gar nichts mehr. Ah, ich hab die Katze out genockt, ey. Raus mit dir. Wieso schmeißt er den nie? Bin unzufrieden mit mir selbst, ey. Oh, der Doggo? Die Katze goes for me, ey. Die Katze will Stress. Scheiß Katze, ey. Nein. Unser teammate ist tot. Unser teammate ist tot. Ich kann eh nichts. Halt wirklich. Ey. Klerix. Ach ne, das ist der andere. Hallo. Ich hab jetzt ein bisschen Fickstelle mit dazu, so. Ich bin auf der anderen Seite. Oh shit. Warte, ich hab den Hebel für dich. Ich halt dich fest, schon. Ja lass, lass, lass. Nein. Warum sind so viele bei denen? Hey. Nein, nein, dieser scheiß Doggo. Ja, irgendwie trifft er schon wieder nichts, das Zebra, ey. Hilfe! Ich bin stark! Ah, jetzt. Du kannst ja nicht so geil runterhauen. Das ist das Problem. Imagine. Nein, nein. Okay. Okay, noch lebe ich. Lebt er schon wieder? Lol, der lebt schon wieder. Arschloch, verdammtes Hurenkinder, ey. Oh, ich bin auch dumm. Oh, super. Hurenkinder, fliegt doch weg. Warte, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ah! Ich hab mich an ihm festgehalten, ihr Mensch. Ich war letzter. Ich war letzter. Wieso hab ich mich an ihm festgehalten? Ah, du schmeißt ja nicht, ich halte ihn mal fest. Du bist Maschine, ey. Du hast einfach zwei Personen geschmissen. Die Runde war schlecht von mir, wisst ihr. Aber Andi hat rasiert, die Runde. Nee, nur in der ersten Runde hab ich rasiert. Da hab ich halt auch... Hab ich halt zwei Leute. Ja, ich war ganz so vollständig, was ich auch erinnere. Das ist auch cute. Ich hab fucking zwei Leute einfach so rausgehauen. 1500 Kekse. Ey, das war unser Auto, ey. So muss das. Arnold spielen? Du kannst auch weiter machen. Dann geh jetzt zur nächsten... Ja, man kann auch mal spielen klicken. Aber das ist glaub ich dasselbe wie nächstes Spiel. Ach doch, du kannst... Du kannst die Fotos, wenn sie cool sind, unten links in das Album hinzufügen. Ah, ich mein das mit Plus, ne. Nee, du musst dann mit der Maus drauf gehen, zumindest. Wurde zum Album hinzugefügt, okay. Ich bin aber nicht der geile Dogger in der Mitte, ich bin der links, der so... in der Seite ist. Ey, man kann auch Spieler melden. Schau mal, ich melde jetzt die Katze, ey. Ich kann die Katze auch blocken. Soll ich sie blocken? Ich block die Katze mal. Guh hin. Scheiß Katze, ey. Ich mein, einfach blocken kann nur. Einfach ohne Grund blocken, so muss das. Ich hasse Kinder gegen die ich verliere. Ich block das Einhorn. Ich mach das nicht, das hat mich umgebracht. Junge, der sieht aus wie aus... Ich bin Zybro. Ich bin Zybro. Hä, aber warte mal, hä? Achso, die Teams werden da nicht angezeigt. Nö. Nein, wir können Brücke. Wir können Brücke, Lokomotive, Alligators wollen. Ich hab Alicaporta noch nie gespielt. Wieso wollen denn alle... Wieso wollen denn alle... Das hatten wir doch schon als einziges von denen drin. Ja, aber das wissen die anderen hier nicht. Achso, habt ihr das Recht genommen auch? Ja, ich hab das ganz Recht genommen. Ne, die spielen halt alles. Und das ist halt der Modus, wo das wahrscheinlich am lustigsten ist für die anderen. Du musst halt jetzt einfach nur übernehmen. Ja, der ist lustig auch, ja. Ich möchte schon was mit beiden hinten dran, ey. Das ist so langweilig. Ach nein, der eine ist schon wieder ein Doggo. Warum will... jeder will der Doggo sehen, ne? Ach nee, das ist ein neues Team. Ein paar Leute spielen das Spiel schon noch an, ey. Ist ja nicht so alt. Imagine jemand hat die Darth Vader-Kerze genommen. Jaja. Wer ist mit uns? Mit uns ist ein anderer Doggo. Imagine ich bin jetzt schon tot. Meine Güte. Meine Güte, ey. Bin ich jetzt komplett tot? Das ist aber kacke. Wieso spawnen ich jetzt nochmal? Ah, dass man nicht noch was spawnen ist ja ich zweimal. Spammer spawnt nochmal. Okay, gut. Das wird jetzt wieder viel zu lange dauern. Jaja, das ist der Rotz mit dem Modus. Irgendwie mag ich den nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin tot, weil ich ein Feuer war. Jaja. Also ich bin blau, shit. Oh Mann, nicht rot. Jaja, das steht einfach davon, machen kacke oder was? Jaja, das ist... Jaja, das ist... Jaja, das ist... Ich bin tot, weil ich ein Feuer war. Der steht nur bei der Bremse und macht gar nichts. Ey, was für ein Arsch, ey. Sie können ja das Spiel spielen. Ja, der ist einfach nur bei uns. Arschloch unnötiges. So. Der ist tot, der ist tot. Der ist tot, so. Weg mit dir, du blödes Huhnkind, ey. Der bremst schon wieder. Ha! Idiot. Mach ihn weg, mach ihn weg. So, Kohlen tragen, geht schon. Kohlen tragen. Easy, den Appen bei denen genockt. Alter, der hat uns ausgebremst, dieses Fotzen. Kind, ey. Gebt mein Bestes. Normal. Ich bremse bei denen. Sehr gut. Nein, nein, nein. Ey, Nowak, ey, fuck dich. Ich hasse Katzenspieler, ey. Was macht der denn? Hallo! Ey, wie gut ist der, ey? Das ist doch nicht normal. Hallo, Kleriks. So ein Penner. Ja, das ist halt... Das ist ein Scheißmodus. Ich mag den nicht. Ist okay, aber der eine ist ein totaler Schwitzer, der Fickrüppel. Scheiß Katze, ey. Wo ist die Katze? Wir müssen die Katze killen. Warte, jetzt bin ich, ey. Alter! Ich hasse es. So, weg mit dem Scheiß Gorilla. Ich hab gedacht, die Gorilla ist Andi, ne? Wie kann man denn sein? Eigentlich ist das Scheiß Schild. Ich bin gegen das Scheiß Schild gesprungen, ey. Ich bin jetzt blau. Wieso wechsel mal die Teamfarbe? Aber das ist nervig. Ey, okay. Ich geh immer ins andere Team, okay? Ich springe aus dem E-Körper. Nein. Alter, wieso lock ich mich selber aus? Alter, ich mag diesen Modem. Diese Map ist scheiße. Oh, gut. Oh, shit, ey. Oh, ich wollte überfahren auch noch, ey. Echt, diese Map ist kacke. Du bist halt komplett hoch angewiesen. Also, die zwei sind halt total am goaden. Diese... Also, die Scheiß Katze bremst as fuck die ganze Zeit. Das gibts doch nicht, ey. Ich glaub, das ist halt auch ein Viererteam, die da spielen. Habe ich das Gefühl. Ja, das ist schon irgendwie so was. Die katschen sich halt gefühlt ab. Schau dir das an, ey. Die zwei spielen noch viel zu gut, ey. Ha! Scheiß, Donkeyschlung gekillt, ey. Ja, wie wirft man den weg? Wie kann der mich denn schlagen, ey? Wie wirft man den so vor? Ich kann das nicht. Links und rechts liegt. Musst du gleichzeitig gedrückt halten, dann loslassen halt. Ja, ich lass den irgendwie nicht. Ich will halt x drücken, das geht nicht. Alter, hab ich den weggemacht. Der ist in dem Feuer jetzt im Fall. Nein. Nein, die Fresse, Alter. Fällt schon ein Rotz, die Map, Alter. Ja, klar. Ach so, das war ich noch mal einer von. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Oh. Oh. Was wird immer denn jetzt? So, komm her. Ha! Ich hab's geschafft, den runter zu werfen, ey. Ich bin supergeil. Hol die Kohle. Der Bremser spawnt doch nicht schon keine Kohle nach, ey. Spawnt keine Kohle. Die werfen alles runter, dieser Fickrüppel. Warum sind jetzt alle hier? Ja, weil sie keinen Bock haben zu verlieren, ne? Ja, Lonky, machen wir Brems mal bei denen. Brems mal. Ja, ich stehe die ganze Zeit auf der Bremse bei denen zur Zeit. Nur. Ja, bei uns auch. Aber ich versuch's dir nicht. Das sind einfach drei Leute, die da bei uns jetzt campen, ey. Das gibt's doch nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, Arschloch unnötiges. Fick dich. Warte, jetzt sind alle vier hier. Warte, 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 komm. Ich komm, ich trete die weg. Hallo, lass mich halt auszuprolet, wenn ich hier schon auf bin. Glaublich. Huhnkind, ey. Scheißmodus. Ha, Opfer. Kack, Huhnkind, ey. Wie sich's dich nur rüberschmeißt, die ganze Zeit, ey. Junge, ich sterbe ohne, dass du mich gut machst. Ich sterbe einfach so. Ich springe mal runter. Nein, 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 nein. Okay, er hat mich nicht ganz in den Augen reingehütet. Nein, 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 nein. Ach, nee, Scheiße. Ach, Scheiße, die Zeit, ey. Es wär so gut gewesen. Nämlich, wir haben grad gut aufgeholt die ganze Zeit. Mann, doch. Krieg's schon wieder. Ah, yeah. Jetzt. Ah, sehr gut. Jetzt die Katze. Komm, geh einfach drauf. Ah, ich bin eingesperrt. Ja. Warum sind alle in den Kanälen? Hallo, der hat sich selber verbrannt, ey. Oh, ich war schon. Ja, f*** euch, Alter. Das war so dreckig von euch. Das ist ein Scheißmodus. Ganz ehrlich, der ist nicht durchdacht richtig. Es ist ja eben nur in Spawn Camps. Das wär, das wär gegangen, ne, aber. Trotz den 2000 Kicks. Äh, probier ich überhaupt. Ich bin irgendwie aus der Map, glaub ich. Egal. So, warte mal. Wir blocken die scheiß Katze. Wo ist das? Nowax. Blocken. Und wer war noch so ein Arsch? Der scheiß, einer von den scheiß Gorillas. Eigentlich der Haupt Gorilla, ne? Also der, nur die New Terry. Charlie Sun oder der New Terry? Blocken. New Terry, glaub ich. Tschüss. Sofort blocken. Sofort blocken. Nicht einmal nachdrängen. Sofort blocken. So, aber die Katze war so ehrenlos, wirklich. Hätten nur gebremst. Warum ist jede Katze ehrenlos? Ja, Katze sind immer ehrenlos, ey. Ja, die darf weder Katze war ganz cool. Also die. Ja, die darf weder Katze war okay. Die war so unser Niveau. Unser Spielniveau-Level. Also das Ding ist halt, wenn man halt so weit vorne ist, die spawnen ja hinten und springen halt instant auf den anderen zu runter. Das ist so graslich gewesen. Ja, wir konnten ja gar nichts zu denen nicht mehr. Ich bin halt immer bei den Typen. Ich hab halt versucht, drüber zu gehen. Hab dort halt nur noch gebremst gefühlt. Ich hab nicht mehr gewusst, dass die Bremse dort existiert. Letzten hat Daniel das nicht gemacht. Letzten hat dann schon vor 30 Sekunden, 30 Minuten fett. Da hab ich halt auch immer versucht zu nocken, aber es ging halt nicht wirklich immer wieder. Mal verkackt. Ich glaube, dass wird das Internet wieder schuld, ne? Weil es jetzt zählt manchmal wirklich nicht, obwohl du schön drauf getroffen hast eigentlich. Nein, ich hab halt... Faust besser. Die sind halt angerannt gekommen. Ich musste halt kurz die Bremse loslassen und dann sind sie halt angesprungen und haben mich halt genockt und runtergeworfen. Warum geben die uns hier die Möglichkeit rumzurennen, ey? Gegenwärtig umzubuchsen. Splatoon Lobby. Fließband. Mhhh... 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 Das Tal ist lustig. Ich glaub, dass wir nur treppen. Fleecebound ist... Ja, ja, ja. Ich hab das Tal noch nie gespielt, ne? Ich war nicht. Bei Foon war er eigentlich ziemlich unfair tatsächlich. Die ganze Random Explosion hat. Ach, wir müssen uns einfach gegenseitig ins Wasser yeeten. Lass dich von den Wellen wegdrücken und bleib am Leben. Aber wenn du schon wieder einmal stirbst, bist du in den Tod, ne? Ja, ja. Wasser... Ach, geht okay, ey. Aber das geht schon. Das Schlimmste, die nur immer der Hund stirbt und die Katze gewinnt den ganzen Vorschauern immer. Selb ich nehm mit der Barbie-Barbie-Barbie-Barbie. Die Euler, Alter, warte Fack. Die gibt's ja im Schock gerade die Euler. Das sind aber vier Leute, es sind wieder 4er-Teams, 4 gegen 4. Ja, ja, ich glaub, zweier Team war einfacher, ne? Im Mensch, ich bin tot und ich mich reingerollt hab, ey. Warte, 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 ich kann mich hochziehen. Ja, ja, du kommst wieder hoch. Okay, man kann sich hochziehen. Okay, das geht. Man ist nicht tot, wenn man unten ist direkt. Aber es ist so wie im Schwimmer irgendwie. Warte, wer ist der? Warte, wer ist der? Warte, 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 warte. Nein, Barbie. Ah, die Wellen, die Wellen. Alter, du Arsch, scheiße Eule. Nein! Nein! Oh Mann. Ich bin noch drauf mit der Eule. Was sind wir jetzt? Äh, blau. Okay. Nein! Nein! Oh jee. Oh jee. Scheiße. So, die möchte ich nicht schräfen, muss ich selber noch runter. Whoop your ass, ne? Ich glaub, die werden wir auch schon sperren, ne? Oh nein, nein, nein! Hilf mir, hilf mir! Ich bin schon tot. Ich bin K.O. Ah nee, ich befall mich. Scheiße, der Spinat gefressen! Ah! Der scheiß Hacker, ey. Oh, und das war's mit mir. Ich bin beim Wasserfall. Das ist viel zu wenig Platz hier. Alter, crazy. Lol. Was? Wie kann der mich denn, wenn er tot ist, direkt wegkicken, ey? Das ist so dreckig. Wenn du mit seinem Fuß geschmissen hast, am Boden gelegen. Was soll der Scheiß, ey? Arschluss. Ich bin schon tot. Geil. Geil, Digga. Ich hab gar nichts gemacht. Hallo. Mann. Ich will mich wieder schlechte Spieler haben. Wir dürfen uns zu zweit spielen, ey. Mann. Das ist doch crazy, wirklich. Wie so schlechte Spieler haben, die nichts können, ey. Oh, kacke, die Wellen. Mann, ey. Wo ist die K.A.K.E.U.E.E.? Wieso trifft das nicht? Endlich. Weg mit dir, du scheiß Viech, ey. Long, Kischlong. Ich hab die Eule gekillt, lol. Voll skillig. Auch noch dazu. Der K.A.K.E.E.U.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.. Nein! Ah, er hat mich! Ah, Gato! Der Kackfisch hat mich ge-eatet, hallo! So ein Kack-Mitspieler, ein Mädchen! Ey Zebra, Zebra, du läufst in die falsche Richtung, du voll Idiot! Der hat sich nicht umgedreht! Mann, ist das Spielscheiße. Oh, danke schön, Andi. Das ist ja supergeil. Du redest beider wenig. Ja. Achso. Oh, du schwitzest, ich find's gut. Wieso leuchtet dieser Hai überhaupt schon, ey? Das ist ja... Ach, Kacke. Okay, helf mir, helf mir, helf mir! Ich liege, ich liege! Ah, ich hab dich, ich hab dich! Ah! Ich hab dich! Oh, shit! Dankeschön! Nein, nicht von der anderen Seite! Ah, shit, ey! Der hat ne Knarre! Toll, jetzt bin ich der Letzte, oder was? Nein, 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 ich liege noch. Ich bin an der Brücke. Ah, toll, ey! Jetzt hast du den falschen schon wieder gefickt! Nein, nein, nein! Pass auf! Gleich zum dritten Mal bist du schon gefickt, ey! Ah, den hab ich! Der Hai ist tot, sehr gut. Nein! Oh, shit! Man, man trifft echt voll Kacke in dem Kackspiel, ey! Nein! Doggo! Oh, man. Doggo kann schwimmen! Es ist so schlimm, ey, Spiel. Das sind die Lebensgründe, die ich wieder ordentlich mitspielen konnte. Ah! Kommen! Raus! Nein! Nein! Ach, man, ich kann das nicht. Was? Oh, shit! Nein! Nein! Klar, du bist allein! Die Wellen, Alter, genau da kommen die Wellen, ist doch klar, ey! Oh, shit, ey! Was? Da geht die ganzen Stages weg auch noch? The fuck? Sehen wir nichts. Wo? Lol! Lol! Er ist unten! Easy! Best of Play! Super, ey! Doggo schwimmen! Unser teammate ist irgendwie scheiße, oder kann das sein? Der kann gar nichts! Das ist der Hase! Der Hase! Der zweite Hase! Nein! 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 Bunny! Stopp! Ich habe ihn aufgehalten, ey! Los, befreulich! Ey, Lola Bunny ist tot! Wir haben schon unser Bunny hat Spinat gegessen. Der, der fängt Barbie! Die sind alle tot schon, ey! Ey, nein, Hase! Nein! Komm her! Gib mir die Hand! Gib mir die Hand, ey! Oh, shit, ey! Dieser Kack! Die Eule ist ekelhaft! Die Eule ist richtig ekelhaft, ey! Wir müssen sie bannen, ey! Wir müssen sie sofort blocken! Wenn wir hier fertig sind, ey! Oh! Ah! Ah! Oh, der Affe ist tot! Hast du Whoopio Ass, Andi? Oh, shit! Ja, safe! Sehr gut! Ich bin oben! Ich bin sexo! Ha, 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 ha! Ich habe Positit mit der Eule begangen! Ich habe Positit mit der Eule begangen! Ja, Mann! Ich bin oben, ey! Erst oder alle, zweite, klerk, sieh, dritte! Easy! Kaboom! Kaboom! Hallo, Dogo! Hallo! Das ist schon cute, ey! Ey! Lass uns alle fahren! Hallo! Ey, ich pein auf deiner Schulter, ne? Ich küsse dich! Ey! Ihr seid sofort speichern, ey! Ihr müsst das Foto speichern, wenn ihr unten links klickt mit dem Plus-Symbol! Was ist das da links? Was passiert da? Wie? Warum? Ey! Leck ich auch nicht in der Heim! Boah! Nicht vergessen, die Eule zu blocken! Mein schönes Spiel sagt mir, wenn ich die Leute geblockt habe, so... Oh, okay! Aber, Bobby ist noch deine Zunge, da, mein Mo! Ich, ja! Mhhhhh! 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 Sogewicht! Offest du dir! Ähh! Süß und saftig! So musst du es, ey! Junge, unser Hasen-Typ ist auch noch rechts neben Barbie! Hasen-Bro! Aber hier blocken wir keinen, obwohl die Eule vielleicht... Doch, die Eule hab ich geblockt schon! Spukschloss. Spukschloss. Das klingt schon lustig. Mensch, du hast ein Fließband, ey. Hallo! Ach Gott, ich hab schon geglaubt. Was? Fall nicht von der Burg in deinem Leben. Ah, schon wieder ein Knockout-Game. Jaja, aber die sind eigentlich irgendwie lustig. Aber man sieht halt weniger irgendwie. Ja, das ist der Clou in dem Ding. Das heißt, ich bin ein Grundfensterschloss. Ich bin Schwarzer Affe! Okay, ne, ne, die Boxack. Ich zieh mir die, ich zieh mir ja auch die, ich bin jetzt weiter Ende jetzt so. Schön weiß. Ist die Frage, ist es gescheit, dass man dunkel oder hell? Wir haben keine Ahnung, die ist glücklich. Nein, ich bin Max. Ja, man sieht sich ganz gut so. Äh, hier. Die Schwarzer Affe sieht man halt schlechter tatsächlich. Ach, du siehst gar nicht, wenn der im Team ist. Ah, das ist jetzt blöd, ne? Siehst du nur, wenn sie im Licht stehen, sieht man es, wer im Team ist, ey. Ich bin tot. Okay, das Einhörner ist einmal Gegner auf jeden Fall. Ich bin grad einfach mal 50 Meter los. Das Einhörner ist ne K.O. Maschine, ey. Nein. Ja, ich seh's. Nein, nein, nein. Das Einhörner hat mich einfach runtergefallen. Das Einhörner hat mich einfach runtergefallen. Das Einhörner ist ne richtige komisch, ne? Nein, Einhörner und die Fledermors ist bei denen, das können wir uns merken. Alle Einhörner sind bei denen. Der ist nicht tot, weil Gründe, okay. Hallo. Der hat doch, der hat doch Speedhacks an, ey. Die Fuck, Junge. Dieser Einhörner, Alter. Der hat doch Speedhacks, dann gibt die den. Das ist ne Crew. Was ich sagen will, ne Crew für euch. Oh, ne. I schon wie schnell das sind, ey. Das ist doch, das ist viel zu schnell. Fuck. Das hack and hack noch safe, die Viecher. Wie sie mich nicht kriegen, ey. Ja, ich hab einen getroffen. Lol. Ich hab zwei getroffen. Ich kann nämlich so schnell rennen, ne? Also, oh, toll. Wie werfe ich den scheiß trottel es geht nicht kann das nicht Ich habe ich baum muss momentum aufbauen, um hinzuwerden. Ja ich kann es bestätigen sagen ich käme sie nicht es geht nicht Ich habe die ich bin der ich bin im fucking einhund ins gesicht gesprungen und ich habe genockt Ja, wurde zu raubt über Nein ich werde dauerhaft komplett um genug ja ich auch ich würde davon 50 meter Ah, oh man, eins gekillt ist im tod Ah, Opfer, der kann das auch nicht. Ey ich habe den da schlecht, ich habe das gute eine draus genockt, das kann auch nicht rauswerfen Ich fühle schon Was? Ah, oh man ey Jetzt hat er mich auch erwischt Wir haben zwei einen Hörner schon getötet Nein, Andi, helfe Helfe mir Wer lebt denn überhaupt noch? Helfe mir Ja, dankeschön Logo, Kleriks und Andi leben noch, schisch, aber nur mal ein einhund Ihr habt ja alle Chancen Das letzte Einhorn lebt noch Das letzte Einhorn Nein! Andi, Andi, das war so hingelegt Oh super ey, müssen die Einwander rausschmeißen, es gibt ja nur drei Stück davon, keine Chance gegen uns ey Ich hab mir Glühbirne, gell, guck Ich hab mir jetzt schon eins umgenockt Oh, der hat ne Waffe Ich hab mir jetzt schon eins umgenockt Oh, der hat ne Waffe Nein, voll den Hinterkopf Ich weiß noch nicht mal, wie man diesen Mega-Knocken kriegt Wie hat der mich bekommen? Oh shit, der hat die Schaufel ey Der hat die Schaufel Der hat die Schaufel Wie hat der mich grad getreten? Der hat die Schaufel vor sich, der hat die Schaufel Der hat die Schaufel Oh mein Gott ey Ich hab mir jetzt schon einen runtergehauen Die Ausweichrolle ist zu real ey Easy Noch einen Einhorn runtergehauen Nein, nein, scheiße Scheiße, die Bombe Nein, Andi, 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 Andi Ich bin raus Zwei Fiese rausgehauen Keine Ausnahmeer Keine Ausnahmeer Shit, 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 shit Stell auf, du Kackeente Ganz egal Der Typ hat den Hammer ey Ist doch ein Kirby-Spieler in Smash, ohne Witz Ah Ah Toll Wird das nicht gezählt? Opfer Arschloch Oh, der hat einen genockt Bitte Wie? Wie hab ich den genockt ey Achso, mit der Bombe Andi hat die mit der Bombe Hey, Jo, um bin ich aber So real ey Ah Shit, der war zu weit weg ey Nein Oh nein Der Kacama-Spieler ey Der Schatzkönig der Idee schon wieder Andi, wir zwei muss Banane werfen Ah, die Wieso bricht die Burg da weg? Arschlöcher Scheiss Map Scheiss Burg bricht da weg, Alter Genau, da haben wir nicht auf ihn, Alter Arschloch Das ist so hacking ey Was hat der eine für Was hat der eine da? Der hat das Spinat getrunken Der ist super stark jetzt Und der Mensch, der fliegt runter, ey Das war unsere Portion So ein Fickskrüppel, ey Ein totes Einhorn, so was nehm ich mal Hä, was? Wieso robbt sich mein Typ in den Tod, Alter? Ich hab einen getötet, aber ich bin auch gestorben dafür Ich hab auch einen Oh je Okay Das Leben noch War einer Nur Ein Einhorn Oh, der wurde vom Fisch getötet Im Mensch Ein Einhorn und das Ah, steht aber gleich ist es alleine, oder? Ja Gegen Sperma und BBB Ich hab einen Nein Nein Oh shit ey, der ist aber kacke Im Mensch, der war kacke, ey Der war so kacke Hallo, ich bin nochmal noch Ja, aber ist der lustig, ey Jetzt geht er nochmal hin zu dir mit den Nunchucks Öl, kann ich das auch hören? Ähm Warte, wie kann man Ich glaub, der weiß nicht wie man Das weiß keiner so genau, ne? Junge, aber Ich weiß nicht warum, aber der kriegt mich immer kacke Schon wieder, ich kann mich aber nicht wehren Immer wenn ich aufstehe, tut er mich sofort wieder Komm hier, ich kann nix Mensch, der ist tot Was wird das nicht gezählt, ey? Komm Die Burg bricht weg hinter dir Vorsicht, Klerikstar Siehst du das? Ich sollte nach rechts gehen Okay Das ist unfair, das sieht man nämlich echt scheiße Aber überlegt kann man den Nunchucks schon schlagen, ey Fuck Das ist ne Bombe Komm, 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 komm Schade Ich hab ihn, nein, nein Ich hab ihn Wo ist er, wo ist er? Ah, da ist er Scheiße Da, da kommt so viele Bomben Pfff Was, und hier, die bricht die Burg jetzt auch weg Du musst da oben bleiben Literal, Vorsicht Das bricht auch weg schon Nein Ah, die Burg bricht schon weg, ey Das ist so scheiße, ehrlich Ey, ich, können wir nicht einfach mal Wir haben zweimal mit der kack Burg gewonnen, ey Das gibt's doch nicht Ey, das ist, das ist ne kack Map Hallo Hey Können wir alle einen oder sperren? Ich schlau schon wieder auf dir, Andy Äh, Klerix So, Sperma bannen Ne, ich melde die einfach Wegen Hacks oder was? Ne, bleidigender Name Super Fox Ja, das stimmt Super Fox Sperma kann's halt wirklich dafür machen Das ist echt gut Ja, aber nicht wegen dem Namen Das ist einfach, weil sie nicht mögen Betrug Unsportliches Verhalten, die Menschen Ich find, ich find den Grund Betrug gut Das speichere ich nicht, das Foto, ey Das ist nicht wert So, da war ja Das war's für heute. Alter, diese Dauer, ey. Du hast ja schon geblockt, ne? Nein, ich glaube trotzdem noch mit den geblockten Leuten zusammenspielen. Naja, ich glaube nicht. Wozu gibt's dann die Blockfunktion, ey? Das macht ja keinen Sinn. Ah. Nein, Sprung ins Spiel ist scheiße. Ist das echt scheiße. Lieber das Fließband, oder? Das ist ein Knockout. Ist halt Knockout wieder, aber... Ich hab Fließband genommen. Du kannst die Leute halt auch einfach runterjeepen. Rollen können die am Fließband das Leben retten. Rollen? Also Rollen im Sinne von ich selber, oder? Ne. Wie immer die Katze den armen Hund outknockt oder runter schmeißt, ey. Die ganze Zeit. Immer den Vorschuss ziehen. Okay, ich nehm den Barbie, Alter. Jetzt reicht's mir. Es wird wieder ernst. Zebra, ey. Zebra war gut, ey. Wir haben einen Japaner, einen Eisbär. Hey, der Eisbär. Kann man sich die anderen schon legen, wie? Die anderen Leute? Ne. Sieht man auf der Seite, okay. Ja, auf jeden Fall einen Albino Barbie haben wir da. Ach. Imagine die Gegner brauchen. Sigma. Sigma. Wäre ich, oder was? Sehr gut. Die Menschen sind ein Hammer. Was bin ich? Ich bin... Rot. Okay. Klerix, du Blocks bist du, ey. Hä? Lol. Vielleicht checkst du nicht, ey. Hä? Ich versteh's nicht. Ich bin an der Seite gewesen? Und auf einmal hatte ich so Ultra Speed und bin Ultra nach vorne geflogen. Ja. Juno Rebirth. Ey, der eine komische Gorilla in der Mitte macht einfach gar nichts und... ...fliegt nicht raus. Ich find's unfair. Boah. Ah, da kommt ein Holzbrett direkt so. Und noch eins. Wir haben gewonnen. Nein, hier steht noch einer. Der steht noch im Auto. Der steht noch im Auto, ey. Okay. Einer muss den Erf noch festhalten. Ah, jetzt bin ich drunter. Ey. Das Kroko, ey. Das will meinen Arsch. Und das Mates? Boah. Wir haben ihn beide. Da runter mit dem Wichskrüppel. Achso, der kann sich doch hoch retten da. Nein, der hat die Bombe. Wer hat die Bombe? Wer hat die Bombe? Er kriegt das von voll Idiots. Ich dachte, der wäre tot. Sag ich, wer ich genau weiß, dass das Klerix war, ey. Arschloch. Das Kroko hat so unverdient, ey. Das wäre schon wieder tot, ey. Das ist doch das schnelle Fließband, Andy, ey. Mein Gott, wie sag ich. Alles ist alles so dumm, ey. Andy ist super gescheit. Ja, ich muss da aufpassen. Hm. Jump and run, Immersion. Alter, das Kroko war schon kaputt, ey. Warum kann ich es da hoch retten noch? Wie scheiße ist das für eine Bombe? Shit, 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 shit. Warte, der ist nicht tot. Oh, 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 no. Knock him off, Immersion, real Aliots. Schädet schon wieder, ey. Was? Alter, bist du da? Ist wohl Ali in unserem Team? Ah, fuck. Nee, das ist im Gegenteam. Man sollte die Fresse halten, gefälligst. Ich habe die keine Bombe geschmeißen, warte mal. Wir machen das, äh. Bomben sind doch der Mips richtig useless. Ach so. Ach nee, wenn du die Zone wirst vielleicht nicht. Du kannst Ansicht wechseln, kannst du aus anderen Perspektiven werfen. Ja, aber daneben, schade. Fuck. Ach, nö. Ja, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Ach so. Dreckiger Scheiß, krüppelst du wieder, ey. Weil nur, weil ich, weil ich, ich bin aus irgendwelchen Gründen, bin ich ultra weggejittet worden, kommt nicht in den Tod. Ich kann Spinat essen. Ich habe Spinat gegessen. Ey, das Krokus wieder mit dem Selbstmörder, ey. Das Krokus ist ein Selbstmörder. Arschloch. Lol. Ey, der Spinat-Move ist zu sexuell. Nicht schüttern mich, ey. Ich leuchte, diese Runde kannst du mich nicht töten, bitte, ey. Ich leuchte schon wieder zix. Extrem geil. Ah, jetzt leuchte ich nicht mehr, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Ja. Scheiß, seitliche Förderband, Alter. Ist fucked ab. Ja, die Bombe hat mich besitzt. Oh shit, ey. Ich werde mich rausgeschmissen. Ich habe hier einen von uns rausgeschmissen. Was passiert das so oft, ey? Nein. Alter, diese scheiß Schaufel, ey. Das ergibt sogar keinen Sinn. Warte, warte, warte. Anti, nein. Lass mich, lass mich, ich steh, ich steh. Nein. Ich bin tot. Kann es sein, dass es irgendwie OP ist? Am Anfang vom Fleece-Burns verstehen, irgendwie? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Alter. Junge. Diese Scheiß-Schaufel ist zu OP einfach. Schlepp, Alter. Ja, Mann. Die kriegen den, ey, die kriegen den. Jawoll. Oh shit, ey. Geht ganz nach rechts, geht ganz nach rechts, ganz nach rechts. Da ist keins, da ist kein Fleece-Burn. Ja, passt schon. Scheiße. Ah, Anti. Nein, oh mein Gott, ey, ganz nach rechts ist nicht gut. Jetzt noch, du lebst noch. Ich weiß, ich kann mich nicht hochziehen irgendwie. Hallo, halt dich doch fest. Wieso hält sich der Typ nicht fest, ey? Come on. Das liegt bei mir auch nicht. Vöger Scheiß. Nein, du kannst dich dort, du musst dort irgendwie hoch... ...jeeten, dich springen. Alter, war's ein Trock-Kick. War's ein Trock-Kick. Alter, was ein Move. Von der Seite, einfach ins Gesicht gesprungen und genockt. Das war richtig Lehmens für mich wieder. Ich hätte da hoch springen müssen, ey. Ich hab'n Boomerang. Ey, helf mir, helf mir, helf mir. Dogoo! Dogoo! Wo bist du? Nein. Ah, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Undi! Andi! Ah, ja, billig. Nein, nein, nein. Da ist Eisbär. Ha! Hey Mädchen! Andi, Andi, das Save-Ogen geht schon. Nein! Oh oh! Mensch, man kann die Banane gar nicht aufheben, man rutscht davor aus. Ey, der hier hat's verrühlt, ey. Was, hier kann doch der deppert der Gorilla noch leben, ey. Der nix kann gefühlt, ey. Was soll'n' das? Der Gorilla? Der weiße Gorilla. Ach, der Albino. Der kann irgendwie nix. Der ist eigentlich scheiße, der ist scheiße. Der ist total scheiße, ey. Der Koko fahrer tot, ey. Aber ich treff' ihn auch nicht irgendwie. Der Koko, der Hai. Der Hai, der war ekelhaft unterwegs, muss ich sagen. Ich treffe ihn halt endlich mal. Mein Gott, der weicht gut aus, ey. Ich hab'n Tennis-Schläger. Der Otter kommt nicht hoch. Der Otter! Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Ich hab' den Otter gekillt mit der Bombe. Kann der Typ bitte ähnlich krepieren? Ey, Andi, komm. Der Otter trifft jetzt mich mit seinen Random Shots, ey. Oh, so Krüppel. Hallo, wieso? Wieso bin ich so lang tot? Hallo? Er hat mich so voll im Schwitzkasten, ey. Ich hab' ihn gefickt von hinten, ey. Er hat mich gefickt. Mann. Arschloch. War wie? Junge, Andi ist so ein geiler. Nein, scheiße. Ich hab' ne Bombe, ich hab' ne Bombe. Oh, shit, ey. Warum trifft man diesen Scheiß? Den kann man gar nicht noch mal, Alter. Ich bin fünfmal gegen den gesprungen. Ja, der hat Hexan, ey. Ja, natürlich. Und dann dieser random Scheiß-Move, ey, wieder. Fick dich, du Kackkröppel. Lass mich aus, lass mich aus! Fick aus, wieder! Ha! Mann, das ist so ein Bunkend, ey. Der wird auch gesperrt. Alle werden gesperrt, die gegen mich gewinnen einfach. Fertig. Ja, ich bin aber gleich weg. Ja, passt schon. Ich hab' doch viel Spiele rein, Sandi. Es ist meine Bombe, du Kackkroko. Ja, nach der nächsten Runde bin ich weg. Ja, lass zuerst los, die Menschen. Da komm ich hoch! Ey, der soll nicht sterben, aber! Für diesen Scheiß-Move! ich habe nicht nur ein bisschen schwung mein gott ich rassier die runde bist du da nicht schnell genug du musst kopflos machen und das laufen währenddessen ich war maschine die runde mit einem snipes die sitzen so muss das auch schon es hat mit der kanone gespielt und es hat die konsequenzen zu spielen bekommen und wieder hoch das kann das ist der einzige erlebte noch ein auto aber der ist schon tot das ist nicht tot das soll das ich hab dich ich hab dich ich hab mich doch nicht an ich wäre hätten die jungen ich hätte den anhandel ich hab den albino ich kann mich sehr ich habe dich ich komme zu dir okay noch eine runde danach bin ich weg die runde war tatsächlich gut eigentlich muss man jetzt aufhören ok dann eigentlich stimmen sie müssten jetzt aufhören die runde war scheiß gell sie wird schlafen und was macht dann die bitte mit dem coco zu den den gorilla blocken penetriert war auch ein anderer als ob am anfang ein richtiger arsch aber er hat dazu viel gespielt das ging dann eigentlich aber voll schlecht am ende cool nemo kohle prämien währung gekriegt das ist das ist ein spin ich habe auch die fledermosses gekriegt lava jurista ok fäden fäden kunden fäden kunst fäden kunst die kultur okay ja gut dann bin ich jetzt weg spiel ist cool es lässt sich auch rauszappen das ist echt cool das spiel ich kann direkt an die schicht sagen muss nicht lange das spiel beenden dann bin ich jetzt weg macht alles richtig tschüss codart